Im Biergarten, den kenn ich noch nicht, deshalb weiß ich den Namen nicht. Aber der macht dann Arbeit bestimmt auch ganz gut. Der Neu, der heißt jetzt Der Neu. So, ich will euch nicht zu lange quälen. Achso, und wir haben noch eine Neuerung. Die Toiletten wären draußen nicht links, sondern rechts. Also nicht die Hecke, hinter der Hecke. Okay, ich will es nicht in die Länge ziehen. Wir haben die Band Anonym, die uns letztes Jahr schon so bespaßt hat. Wir haben den Party Sachsen, der uns gleich nochmal bespaßen wird. Und um das jetzt alles abzukürzen, würde ich Hotter bitten, die Raffer. Unser, wir haben ihn sein. Unser, wir haben ihn sein. Unser, wir haben ihn sein. Die Liebe, hohe. Die Liebe, hohe. Die Liebe, hohe. Hohe. So, und wie angekündigt, bitte ich jetzt den Party Sachsen Enrico mit Rattenhürn. Auf die Bühne. Offiziell nochmal, ich grüße dich. So, und allen ein paar sehr schöne Stunden. Ich lange war ja, dass ich jetzt nicht mehr...